Mir wird gesagt, dass ich die Welt retten kann. Alles, was ich dafür tun muss, ist nachhaltige und faire Produkte kaufen. Aber das ist eine Lüge. Alle Konzerne sind For-Profit-Unternehmen. Nachhaltigkeit ist sexy. Deswegen habe ich beschlossen, diesen Film zu machen. Gemeinsam mit Katrin Hartmann. Sie ist die Expertin für Greenwashing. Es gibt kein nachhaltiges Palmöl, weil immer dafür Regenwald abgeholzt werden. Wenn wir uns gleich mehrere Branchen anschauen wollen, in verschiedenen Ländern. Sieht das nach Natur aus? Ja, grün. Ja, grün. Aber was ist denn das für eine Kategorie? Das ist eine Farbe. Ich kaufe Fairtrade-Koffee, weil die Alternative ist Bastard-Koffee. In welcher Weise grün ist es? Ist es organisch? Das ist weniger toxik. Aber die Unternehmen sagen mir, dass alles grün ist, dass alles sichtbar ist, dass alles gut ist. Ja, aber ich denke, es ist nur ein Vor-Profit-Unternehmen. Es ist quasi ein Vor-Profit-Unternehmen. Du bist echt so groß wie ein Spielverderberin. Du siehst es nicht mehr. Das ist ja auch, warum die grünen Lügen so gut funktionieren. Wir können sicherlich und sustainably Verkaufungen kreieren. Sie sind nicht über das Unternehmen. All sie sind über das Geld. Geld, Geld, Geld. Ablässt! Proposals may be worthwhile. Follow the proposal, but reject the propaganda. The car is shutting down. Ist doch eine schöne, romantische Arbeit. Was machen wir jetzt? Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020